Hallo, ich bin Marc und habe heute einen sehr interessanten, aber diesmal etwas anderen Roman für euch. Aufstieg und Fall des D.O.D.O. von Neil Stevenson und Nicole Gallant. Und der Aufstieg und Fall des, wie ich das persönlich immer sage, Dodo, ist ein Science-Fiction-Roman, der von den beiden geschrieben und 2017 veröffentlicht wurde. Die Geschichte folgt dem Department of Diachronic Operations, deswegen D.O.D.O., einer geheimen Regierungsbehörde, die mit der Erforschung und Durchführung von Zeitreisen beauftragt ist. Der Roman ist im Briefstil geschrieben, wobei Dokumente wie Tagebucheinträge, E-Mails und auch offizielle Memos diese Erzählung dann zusammensetzen. Das Ganze beginnt mit Melisande Stokes. Sie ist Linguistikexpertin und sie wird von Tristan Lyons, einem Militärgeheimdienstoffizier, angeworben, um bei der Übersetzung historischer Dokumente zu helfen. Und gemeinsam entdecken die beiden, dass Magie einst tatsächlich real war und an einem ganz bestimmten Punkt in der Geschichte verschwunden ist. Und dieser Punkt wird Punkt der Diskontinuität bekannt. Mit Hilfe von Zeitreisen planen sie dann, in die Vergangenheit zu reisen, um zu verhindern, dass diese Diskontinuität auftritt. Was ein geiles Wort. Im Verlauf der Geschichte rekrutieren Melisande und Tristan dann ein ganzes Team von Spezialisten für Geschichte, Physik, aber auch Hexerei, damit die ihnen bei ihrer Mission helfen. Und sie stoßen auch auf verschiedene Hindernisse, darunter rivalisierende Regierungsbehörden, zeitreisende Hexen und auch noch eine alternative Realität, in der die Magie gar nicht verschwunden ist. Der Aufstieg und Fall des DODO folgt eben dieser Geschichte von Melisande Stokes und von Tristan Lyons. Und das Ganze geht wirklich darum, dass sie einfach verhindern wollen, dass die Magie in der Geschichte verschwindet. Der Roman ist in mehrere Teile gegliedert und jetzt kommt der Punkt, wo ich mehr Spoiler als bis jetzt. Deswegen jetzt ist deine Entscheidung, ob du das weiter sehen willst. Denn Teil 1 stellt die Hauptfiguren und das ganze Konzept der Zeitreise vor. Melisande wird eben darin von Tristan angeworben, um bei der Übersetzung dieser Dokumente zu helfen, um eben zu beweisen, dass Magie einst real war. Aber eben an diesem bestimmten Punkt, meinem Lieblingswort, dem Punkt der Diskontinuität verschwunden ist. Und Tristan überredet dann Melisande, sich dieser Geheimregierungsbehörde namens DODO, also DODO, das sich eben auf Forschung und Betrieb von Zeitreisen spezialisiert hat, auch anzuschließen. Und ihre Mission wird es, genau in diesem Teil in die Vergangenheit zu reisen und die Diskontinuität zu verhindern. Der zweite Teil konzentriert sich dann eben auf diesen Teambildungsprozess. Denn Melisande und Tristan rekrutieren ja dieses Team aus Spezialisten für Geschichte, Physik und Hexerei. Darunter ist Frank Oder, der ist Physiker, der eine Maschine für Zeitreisen entwirft. Und Erzhebet Karpati, eine Hexe, die Zauber wirken kann. Das Team führt mehrere erfolgreiche Missionen in die Vergangenheit durch, aber nur, um historische Ereignisse zu beobachten und zu dokumentieren. In Teil 3 steht das Team dann vor mehreren Hindernissen. Darunter eben diese rivalisierenden Regierungsbehörden und die Entdeckung einer zeitreisenden Hexe, die die Geschichte ganz zu ihrem eigenen Vorteil verändert. Und sie entdecken eben dort auch eine alternative Realität, in der die Magie nie verschwunden ist. Und das macht ihre Mission in ihrer eigenen Realität wiederum einiges schwieriger. Und der vierte Teil konzentriert sich auf die Folgen ihres Handelns. Denn das Team erkennt, dass ihre Zeitreise einen sogenannten Schmetterlingseffekt verursacht hat. Und sie müssen daran arbeiten, die Änderungen, die sie an der Geschichte vorgenommen haben, wieder zu korrigieren. Und das Ganze, bevor es zu spät ist. Sie sind dabei auch mit internen Konflikten konfrontiert, weil einige Mitglieder ihres Teams anfangen, die Moral ihrer Mission in Frage zu stellen. Und der Roman endet dann mit einem spannenden, aber auch actiongeladenen Finale, das alle Handlungsstränge zusammenführt. Das Team muss gegen die Zeit antreten, um ein katastrophales Ereignis zu verhindern, dass das komplette Gewebe der Realität bedroht. Aber wie das ausgeht, werde ich natürlich nicht spoilern. Dieses Buch verbindet Elemente aus Science Fiction, Fantasy und historischer Fiktion und untersucht Themen wie die Natur der Zeit, Macht und eben auch die Folgen der Manipulation der Geschichte. Die Charaktere in diesem Buch sind gut entwickelt und die Handlung ist kompliziert verwoben und da gibt es auch einige überraschende Wendungen. Und insgesamt ist der Aufstieg und Fall des DODO, also mein Dodo, eine zum Nachdenken anregende und auch unterhaltsame Lektüre, sowohl für Fans von Science Fiction als auch für Fans von Fantasy. Und wenn ihr noch mehr über spannende Bücher erfahren wollt, ist das nächste Video schon hier im Endscreen. Ich sehe euch dann da. I'll be back.